hallo leute heute ist so mein minimalismus tag gegen tag 17 ich zutiere aus hauptsache hauptsächlich teller und untertassen einmal diese untertasse diese untertasse oder teller diese espressos haben zwei mit passenden und die verschenke ich die tue wieder in die kiste zu verschenken zwei gläser ziehen ja auch ja und dann noch hier diese passende im zweier zelt war so das erste was ich hatte diese beiden aber sie sehen jetzt auch aus ich habe zwei service und vielleicht reduziere ich irgendwann auf ein service aber derzeit kommen diese ganzen einzelnen teller weg vielleicht will der jemand haben und das war mein tag 17 ja ich hoffe er hat euch gefallen und bis zum nächsten tag